Eine Sammlung erlaubt es, innerhalb eines Kurses verschiedene digitale Dokumente zu sammeln und wahlweise allen SchülerInnen im Kurs zur Verfügung zu stellen. Bei den bisher vorgestellten Aufgabentypen musste die Abgabeform für die Lernenden vorgegeben werden. Hier kann ich verschiedene erlaubte Medientypen auswählen und damit für eine größere Vielfalt an Lösungsmöglichkeiten sorgen. Dabei kann gewählt werden, ob die Namen der BeitragserstellerInnen angezeigt werden oder nicht. Zudem lassen sich Mindest- und Maximalanzahl von Abgaben definieren. Wird Peer-Feedback als Korrekturform eingestellt, können die Lernenden Feedback zu den Beiträgen anderer abgeben. Wenn jeder Beitrag einzeln durch die Lehrperson begutachtet und mit Feedback zurückgegeben werden soll, eignen sich Sammlungen weniger. In diesem Fall ist es sinnvoller, mehrere Einzelaufgaben zu stellen. Der Selbsttest in Learning View ist ein sehr einfaches Instrument zur Überprüfung und Selbsteinschätzung der Lernenden. Über die Einstellung können die richtigen Lösungen wahlweise den SchülerInnen angezeigt oder versteckt werden. Und die Testwiederholung mit einer Wartezeit verbunden werden, um eine Lösung durch Probieren zu verhindern. Die Fragen- und Antwortoptionen können zufällig angeordnet werden, wenn ein Selbsttest mehrfach wiederholt werden sollte. Auswahlfragen sind klassische Multiple-Choice-Fragen, bei denen eine oder mehrere Antworten richtig gewählt werden müssen. Über oben rechts lässt sich zur Mehrfachauswahl umschalten. Eingabefragen geben den Lernenden keinen Hinweis auf die mögliche Lösung und erwarten eine Eingabe als Text. Der Text kann auf bestimmte Schlüsselwörter hin überprüft werden. Es können ein oder mehrere Schlüsselwörter angegeben werden und über die Vergleichsmethode ausgewählt werden, ob alle Wörter in der Schülerlösung enthalten sein müssen, nur eins oder ob die Antwort exakt übereinstimmen muss. Zu jedem Selbsttest kann sich die Lehrperson die Ergebnisse im Kurs anzeigen lassen. Auswahlfragen werden als Balkendiagramme angegeben. Ein Balken lässt sich anklicken, um die Namen der SchülerInnen mit dieser Antwort einzublenden. Bei Eingabefragen werden die einzelnen Eingaben angezeigt und rot oder grün gefärbt, wenn diese als falsch richtig erkannt wurden. Die Ergebnisse lassen sich auf Wunsch auch als Excel-Tabelle herunterladen. Die Umfrage ermöglicht, mehrere Fragen verschiedenen Typs zu stellen und die Ergebnisse für die Lehrperson oder optional auch für die Lernenden im Kurs visuell aufzubereiten. Auswahlfragen sind klassische Multiple-Choice-Fragen mit mehreren Antwortmöglichkeiten. Hier kann zwischen Einfach- und Mehrfachantwort umgeschaltet werden. Leere Antwortoptionen werden später nicht genutzt bzw. angezeigt. Freitextfragen erlauben eine einfache Texteingabe, die auf eine bestimmte Zeichenlänge begrenzt werden kann. Medienfragen erlauben die Abgabe eines bestimmten Mediums als Antwort. Zum Beispiel kann ein Foto als Antwort auf die gestellte Frage abgegeben werden. In der Ergebnisseansicht lassen sich die Antworten des ganzen Kurses oder individuelle Antworten einzelner Lernenden betrachten. Bei Balkendiagrammen lassen sich die Namen der Lernenden beim Klick auf einen Balken einblenden. Die Ergebnisse der Umfrage lassen sich als Excel-Datei über dieses Symbol herunterladen. Jetzt kennst du alle Aufgabentypen in LearningView. Schauen wir uns im nächsten Tutorial an, wie Aufgaben und Lerneinheiten kopiert, dupliziert und geteilt werden können.